Ein Ford Ranger mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der weiße SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV besticht durch sein luxuriöses Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und vieles mehr. Der Diesel hat eine satte Leistung von 200 PS und wird über ein 6-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Rei Bester Bester Bester